Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und in diesem Video soll es mal um eine Platin-Score gehen. Ganz kurz zur Erläuterung. Platin-Scores benötigst du gegebenenfalls für die Legenden-Challenges. Ich gehe mal hier ganz kurz rein und dann siehst du den Reiter Ältester. Hier hast du dann vier Challenges zur Auswahl, von denen du drei abschließen musst. Ich denke, zwei sind definitiv geschenkt. Einmal die mittlere Anzahl für 100 Multiplayer-Spiele. Bekommst du dementsprechend automatisch, beziehungsweise kannst du die auch farmen. Und einmal ganz oben der 10.000-Statman für das Abschließen einer 10.000-Tricks-Challenge, also für 10.000 erfolgreich ausgeführte Grinds, Sprünge oder ähnliches, kannst du dir das Menü auch mal anschauen. Die dritte Challenge dann sehr, sehr tricky, muss man sagen. Sehr, sehr schwierig, finde ich persönlich. Du hast dann die Auswahl zwischen der Multi-Platin oder dem Power-of-Kurs. Die Multi-Platin, darauf werde ich mich erstmal konzentrieren. Da musst du dann in zwei klassischen Parks eine Platin-Score abschließen. Ich werde dir jetzt hier eine Platin-Score zeigen, wie man sie relativ easy und entspannt eigentlich erhalten kann. Mit einem kleinen Trick. Ich werde dir die genaue Vorgehensweise gleich zeigen. Und einmal gibt es hier dann dementsprechend das Power-of-Kurs, wo du in drei klassischen Parks Tempoläufe machen musst und dementsprechend unter der Zeitvorgabe abschließen musst. Das Ganze relativ tricky. Ich zeige dir nochmal kurz, wo man die hier auch findet. Gehe hier einmal noch ein Stückchen runter in die Skatepark-Challenges und dann siehst du hier einmal die Tempoläufe. Kannst du dir mal durchlesen, mal anschauen, was man dafür machen muss. Das ist wirklich teilweise brutal schwer. Und einmal die Platin-Scores. Ich gehe mal hier beispielsweise auf die Roswell-Platin. Hier braucht man dann 1.750.000.000 in einer Zwei-Minuten-Session. Ja, da wollen wir mal schauen, was jetzt hier in Zukunft noch so möglich ist. Ich habe allerdings hier schon abgeschlossen die Lagerhalle-Platin. Erreiche eine Score über 500.000 in einer Zwei-Minuten-Session oder Einzel-Kombo in der Lagerhalle. Mods müssen dementsprechend deaktiviert sein. Steht hier auch immer bei. Darum soll es mal in dem Video gehen. Vorab werde ich dir noch meine Einstellungen hier zeigen. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, als erstes ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass dein Skater hier vernünftig gelevelt ist. Du siehst, ich habe hier bei Weidmauer noch nicht alle Punkte vergeben. Allerdings werde ich die Punkte hier, die Platin-Score in der Lagerhalle ausschließlich mit Grinden holen. Von daher die Rail-Balance natürlich ganz wichtig. Flip-Geschwindigkeit gegebenenfalls. Der Olli, die Geschwindigkeit. Das sind alles so Sachen, die man braucht. Manual, Lip kannst du völlig außen vor lassen. Auch Air und Hangtime interessiert dir wirklich gar nicht. Du kannst die Punkte dementsprechend auch mal tauschen. Wenn du das Ganze nachspielen möchtest, kannst du die hier irgendwo in Air wegnehmen. In die Rail-Balance beispielsweise reinpacken. Sind dann immer frei veränderbar. Also so war mein Setting hier für die erste Platin-Score. Zweiter Tipp, den ich dir geben kann, ist auch ein absolutes Muss hier für meine Vorgehensweise. Werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Das sind hier die Spezial-Tricks. Ich habe mal hier ein Slot frei gemacht. Kannst du ja immer dementsprechend mit Viereck löschen den Trick. Jetzt gehe ich hier einmal rein mit X. Und dann kannst du hier oben, siehst du den Filter, einmal L3 drücken. Dementsprechend wollen wir natürlich jetzt hier für die Platin-Score die Grinds haben, die uns interessieren. Und dann kann man hier die verschiedenen Grinds ausrüsten. Ist natürlich ganz, ganz wichtig hier möglichst welche zu nehmen, die eine hohe Punktzahl haben. Du siehst hier 400 Punkte, 500 Punkte, 500 Punkte. Also ich habe mir hier dann dementsprechend immer diese 500er reingepackt, wirklich mit der höchsten Score. Und dann wählt ihr auch definitiv sehr, sehr einfache Tastenkombinationen aus. Ich kann das Ganze relativ gut umsetzen mit unten oben Dreieck, mit links rechts Dreieck, mit unten oben. So baue ich mir das Ganze mal auf. Also hier solltest du dir, ich habe mir jetzt hier drei Grinds reingepackt, die ich auch alle benutze gleich bei der Platin-Score. Links rechts oben unten und unten oben. Also diese Tricks, diese Grind-Special-Tricks, ganz einfach, die solltest du dann definitiv auch hier im Menü ausrüsten. Das ist die ganze Vorbereitung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ich die Platin-Score geholt habe. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch, damit du das Ganze nachspielen kannst, gegebenenfalls, wenn du hier Probleme hast. Ich werde dir die genauen Tastenkombinationen zeigen, die ich gedrückt habe. Die genaue Location natürlich. Und los geht's. So, dann schauen wir uns die Platin-Score mal an. Ganz kurz nochmal, wo du das Ganze findest. Ganz klar, Skate-Touren, dann hier auch Free Skate. Dann die Lagerhalle dementsprechend natürlich. Und dann die Einzel-Session. Hier kannst du gegebenenfalls auch die Tempoläufe in Angriff nehmen. Auch eine extrem knackige Geschichte. Hier einmal die Location. Und hier geht's dann auch direkt los. Ich werde gleich ganz genau mal darauf eingehen, was ich mache. Die Tastenkombinationen dir natürlich auch einmal sagen, wie du das Ganze hier schaffen kannst. Erstmal einen Run, damit du mal siehst, wie das Ganze aussieht. Was man ungefähr dafür machen muss, kannst du jetzt wahrscheinlich schon abschätzen. Ich werde dir einen Run jetzt hier gleich mal in Slow-Mo zeigen. Hier siehst du dann den Score 498.000. Also der Rest wäre nur noch Formsache gewesen. Jetzt hier einmal in Slow-Mo. Das Ganze startet. Ich springe hier runter. Und dann gehe ich hier direkt in den Grind. Und dann hier einmal Wall Plant mit XX. Und dann springe ich hier immer zum Grinden einfach ein weiter mit X. Ja, über die verschiedenen Sachen. Und immer wenn ich dann hochgesprungen bin, drücke ich beispielsweise oben unten Dreieck. Für den Spezial-Grind. Und das Ganze wiederhole ich immer. Mal dann links-rechts Dreieck. Mal einfach nur Dreieck, wenn ich es nicht schaffe. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich von der Wand abspringe. Jetzt hier dementsprechend mit XX. Dann drücke ich nochmal Steuerkreuz entweder nach oben und Kreis kurzzeitig. Oder Steuerkreuz nach unten und Kreis. Ja, da holst du dir dann auch nochmal Punkte natürlich raus. Normalerweise ist es am einfachsten mit oben und Kreis, denke ich. Und immer wenn du dann hier über die verschiedenen Hindernisse dementsprechend springst. Einfach immer oben unten Dreieck beispielsweise. Hier waren es jetzt 817.000. Ja, damit habe ich es dann dementsprechend geschafft. Also so ist die ganze Vorgehensweise. Also einfach XX. Ja, dann hier diesen Sprung. Beispielsweise nach oben und Kreis. Und dann gehst du hier immer weiter in den Grind. Muss natürlich hier gegebenenfalls für eine sehr, sehr hohe Score die Spezial-Grinds auspacken. Habe ich dir gerade gezeigt. Wie du das Ganze ausrüstest. Ich denke, wenn du hier eine Zeit lang übst, sieht natürlich alles ein bisschen doof aus. Auch hier brauchst du ein paar Fingerfertigkeiten. Das ist ganz klar. Aber darauf beruht nochmal Tony Hawk. Wenn du hier gute Skills hast, gute Fingerfertigkeiten, dann wird dir das Ganze relativ einfach fallen. Wenn du die halt eben nicht hast, so wie ich, dann muss man sich hier auch mal dem einen oder anderen Trick oder der einen oder anderen sehr, sehr guten Location behelfen. Das ist hier definitiv eine. Hier ist die Platin-Score meiner Meinung nach relativ gut machbar. So ist die ganze Vorgehensweise. Also viel hier natürlich immer gegen die Wand springen, immer wieder X drücken, dann die verschiedenen Grinds auspacken, Spezial-Grinds natürlich. Das Ganze wiederholst du einfach zu einer relativ großen Kombo. Ganz, ganz wichtig auch am Anfang meiner Meinung nach. Der erste sollte hier direkt sitzen. Da kannst du dementsprechend natürlich die höchste Kombo erzielen, weil einfach dann die Spezial-Grinds noch die meisten Punkte geben. Das ist auch noch ein Tipp. Also konzentrier dich hier immer auf den ersten Grind, auf den ersten Lauf hier, sofort wenn der Lauf startet. Da kannst du dann eigentlich sofort auch die Platin-Score eintüten. Bist sehr, sehr nah dran an den 500.000. Jetzt hier mit 646.000 sogar drüber. So ist der ganze Vorgang. Ja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video weiterhelfen, dass der eine oder andere nützliche Tipp für dich dabei war. Falls du hier heiß auch auf die Platin-Scores bist, dementsprechend auf die Legenden-Challenges, natürlich auch auf die Trophy. Bleib sehr, sehr gerne mit einem Abo am Start, wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss. Bis zum nächsten Mal.